Das ist mein Vlog! Hallo Leute! Ich fange mal ganz kurz an. Ich will nämlich jetzt pro Monat so einen Vlog raushauen. Ja, ich heiße Schwammi. Und wir werden jetzt... Bitte keine Hater, weil ich habe... Ja, ich habe eine Nase. Ja, okay, ihr habt... Ich habe keine Nase. Ich will euch mal erzählen, warum ich jetzt so aufnehme. Hat ein paar Gründe. Ich kann nämlich zeigen, was vorhin passiert ist. In der vorherigen Aufnahme. Eigentlich will ich es euch gar nicht zeigen, aber... Ja, das muss ja irgendwie raus. Was da bei diesen Aufnahmenversuchen passiert ist, war schon ganz schrecklich für mich. Und ein Trauma hat es auch hinterlassen. Das werdet ihr jetzt mal kurz sehen. Ich habe versehentlich schon auf Aufnahme gedrückt. Das werdet ihr jetzt sehen. Ach, Mann, wieder geht's hier stehen. Ich will doch gar nicht zeigen hier. Äh... Nee... Ich warte überlegt gerade, was ich denn jetzt ein chinesisches Thema ansprechen würde. Hm... Egal. Ich versuche mich erstmal hier richtig zu positionieren. Oh, Mann. Oh, wer denn... Ich bin wieder auf Aufnahme. Äh... Ja... Ihr habt es gesehen. Das war wirklich schon sehr schrecklich. Aber... Ja... Man muss damit leben. Auch schreckliche Dinge muss man schon überleben. Und... Wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Also... Hoffe ich. Ja... Okay, dann... Tschüss! Oh... Ich muss mir noch die Kamera abstellen. Äh... Das muss ich dann wohl machen. Wo ist der ausgeschnutzt? Ah, da!